Ich bin heute im Synchronstudio und ich darf heute anfangen, eine neue Serie zu sprechen. Und ich wollte euch mal ein bisschen mitnehmen und euch hier alles zeigen. Hier ist einmal die Dispo, hier steht dann immer die Regie, Ton und hier steht auch mein Name und mein Rollenname und wie viel Text ich heute habe und wie lange ich sprechen muss. So, ich bin jetzt im Studio angekommen. Hier sehen wir einmal das Mikrofon, die zwei Fernseher, wo ich dann alles sehen werde, meine Kopfhörer, die ich gleich aufsetze. Und hier sitzt normalerweise der Cutter oder die Cutterin, aber ich bin tatsächlich heute hier alleine im Studio. Das Coole ist, dass meine Mutter Regie führt, also ist auf jeden Fall ganz nice und entspannt. Da sitzt übrigens der Tonmeister und dort dann die Regie, also meine Mutter. Also hier sind auf jeden Fall tausend Knöpfe, keine Ahnung. So sieht das nochmal von weiter weg aus, da seht ihr es nochmal besser. So, ich bin jetzt fertig. Wir waren ein bisschen schneller als geplant.